Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Zum einen gucken wir uns an, warum Bitcoin-Wahle ihre Bestände erhöht haben. Außerdem sehen wir uns an, warum Apple mit Gründer Wörsenjag den Bitcoin als massive Wertschaffung sieht. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch die kritischen Aussagen von Warren Buffett zum Thema Bitcoin an. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das erste Thema an. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr interessant, denn es geht hier um die Bitcoin-Wahle. Bitcoin-Wahle haben sich ja deswegen immer ausgezeichnet, weil es relativ wenige sind, die sehr, sehr große Wallets besitzen. Und in der Vergangenheit, bzw. das ist aktuell ja immer noch so, werden die meisten Wallets von diesen Bitcoin-Wahlen über den OTC-Markt aufpoliert, bzw. über diesen OTC-Markt gibt es die meisten Transaktionen. Deswegen kann man die relativ schlecht nachvollziehen. Deswegen haben diese Käufe relativ wenig Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis selber. Dennoch ist zu verzeichnen, dass die Top 100 der Bitcoin und Bitcoin-Cash-Adressen angefangen haben, seit November 2018 sukzessiv mehr Coins zu kaufen. Das heißt also im Umkehrschluss, dass die reichsten bzw. die größten Wallets, die es weltweit gibt, und davon gehören zwar einige auch Börsen und so weiter, aber da, wo niemand genau weiß, wer wirklich der Inhaber ist, dort haben verschiedenste Personen bzw. Bitcoin.com zusammengestellt, dass diese Wallets von diesen Wahlen entsprechende Transaktionen verzeichnet hatten. Das heißt also, die Wahle, die Investoren haben angefangen, die Bestände aufzukaufen. Das ist natürlich nicht 100% so, aber es gibt viele, die angefangen haben, aufgrund des günstigen Preises in den Bitcoin einzusteigen, weil sie der Meinung sind, vermutlich der Meinung sind, dass Bitcoin den Boden erreicht hat. Das haben sie sukzessiv gemacht, seitdem der Bitcoin Januar 2018 angefangen hat, vom Preis her und vom Preisniveau her zu sinken. Das Ganze begann ja, nachdem wir den Crash 2017 im Dezember miterlebt haben und seitdem gibt es den einen oder anderen, der immer mal wieder in den Markt investiert. Seit November 2018 sind die Zahlen wieder nach oben gegangen, das heißt also, die Wahle haben weiter investiert und haben weitere Bestände an sich gerissen. Das kann man glücklicherweise über diese ganzen Blockchain-Informationen auf blockchain.com und so weiter sicher in Ruhe angucken, was da für Transaktionen liefen, in welcher Größe und so weiter und so fort. Das heißt also, hier sieht man auf jeden Fall Bewegung und was man daraus ableiten kann, ist natürlich die Informationen, dass erstens die Wahle davon ausgehen, dass der Markt sehr, sehr günstig ist. Das heißt, der Bitcoin sehr, sehr günstig ist, um in ihn zu investieren. Und auf der anderen Seite sehen diese Investoren, die natürlich alle unterschiedliche Motive haben, dass der Markt vielleicht sogar in der nächsten Zeit nach oben geht oder sehen das Ganze als Langzeit-Investment, um dann irgendwann ordentlich Gewinn aus dieser ganzen Situation rauszuholen. Was ja sehr interessant ist, ist, dass die reichsten 100 Wallets, die es gibt, so ungefähr Bestände zwischen 10 und einer Million Bitcoins haben. Das sind also insgesamt knapp 16 Prozent aller im Umlauf sich befindenden Bitcoins, die dort gehalten werden. Und alleine die vier größten Wallets, die mit Börsen verbunden sind, haben zwischen dem 17. Dezember 2018 und dem 25. Februar 2019 ihre Bestände um 2.879 Bitcoins erhöht, was also knapp 10,8 Millionen US-Dollar sind. Ja, das sind schon extrem große Zahlen, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Und es gibt natürlich noch größere Wallets, die noch viel mehr Geld investiert haben, um ihre Bestände weiter aufzubauen. Und auch im Bitcoin Cash-Universum geht es immer weiter voran. Es gibt immer mehr Wallets, die anfangen zu investieren in Bitcoin Cash, um sich hier einfach ein Portfolio aufzubauen für die langfristige Sicht. Deswegen solltet ihr vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht der richtige Zeitpunkt wäre, hier nochmal in den Bitcoin zu investieren. Aktuell liegt der Preis ja wirklich auf einem Niveau, das wir 2017 im August gesehen haben. Und wir haben zwar ab und zu mal die eine oder andere volatile Bewegung, die wir wahrnehmen. Aber langfristig glaube ich davon auszugehen, dass der Bitcoin sich wieder steigern kann, ob es nun 2019 der Fall sein wird oder in den nächsten zwei bis drei Jahren. Das werden wir dann herausfinden. Und das Ganze ist natürlich sowieso als Risikokapital anzusehen. Das heißt also, wenn ihr kein Kapital zur Verfügung habt, beziehungsweise nur Kapital, was ihr nicht verlieren dürft, könnt, was auch immer, dann solltet ihr sowieso Abstand von diesen ganzen Spekulationen hinnehmen. Als zweites Thema, beziehungsweise beim zweiten Thema, da geht es um Wozniak. Das ist ja der Apple-Mitgründer, der in der Vergangenheit schon für Furore gesorgt hat. Und zwar hatte er aufgrund von verschiedenen Tests, weil er das ganze Prinzip hinter dem Bitcoin und der Blockchain extrem interessant fand, hat er einfach mal experimentell in den Bitcoin investiert, um einfach mal zu gucken, kann er denn da bezahlen und so weiter. Das Ganze hat er noch mal in einem Interview vom 26. Februar mit Bloomberg bestätigt, beziehungsweise auch verschiedene andere Aussagen getätigt. Dort ging es nämlich darum, dass der Moderator ihn gefragt hat, ob nicht diese massive Zerstörung von Wert eine negative Interpretation sei oder ähnliches. Und ja, man bekam relativ schnell mit, dass er gar nicht darauf eingehen wollte. Er sagte nämlich, ich bin mir da nicht so sicher, ob es wirklich ein Wertzerstörer war. Ich denke vielmehr, dass Bitcoin für eine massive Wertschaffung gesorgt hat. Das heißt also, er geht eher davon aus, dass der Bitcoin etwas ist, das positive Akzente setzt, das sich positiv ausdrückt, das Wert schafft und nicht Wert zerstört. Und das ist natürlich das, was die ganzen Ökonomen und so weiter, beziehungsweise grundsätzlich Menschen aus der Finanzwelt überhaupt nicht so sehen. Die meisten gehen davon aus, dass Bitcoin gar keine Wertschöpfung und so weiter unterliegt. Das heißt also auch, dass sie keine Werte schöpfen in irgendeiner Art und Weise oder schaffen. Und das ist natürlich immer so ein bisschen zwiespältig zu betrachten. Aber ganz ehrlich, jeder, der sich mit der Thematik auseinandersetzt und auch mit der Blockchain-Technik, die sich ja darunter befindet, der wird eigentlich relativ schnell feststellen, dass der Bitcoin Werte erschafft und das definitiv mehr tut, als es zum Beispiel Gold tut. Außerdem geht es natürlich auch darum, was er grundsätzlich für eine Meinung zum Kurs und so weiter hat. Und er sagte dazu, ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die ständig auf den Bitcoin-Kurs achten müssen, deshalb habe ich verkauft. Da ging es so ein bisschen darum, was er zu den Anfängen, als er investiert hat, mal gemacht hat. Denn er hat, wie gesagt, das Ganze experimentell gesehen und wollte dann irgendwann auch mal ein bisschen befreiter wieder durchs Leben gehen, nicht die ganze Zeit irgendwelche Aktienkurse checken und so. Und auch ich würde euch raten, wenn ihr Assets habt und haltet, dass ihr vielleicht nicht täglich auf die Charts guckt, sondern einfach das Ganze, wenn ihr das langfristig machen wollt, nicht so emotional an den Markt rangeht und euch einfach mal ganz entspannt zurücklehnt und dann einfach einmal die Woche oder vielleicht nur einmal am Tag höchstens reinguckt, um nicht euch komplett emotional aus der Verfassung zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die meisten sind nicht geschaffen für irgendwelche Risikokapitalmärkte und verlieren dadurch sehr, sehr viel Geld, weil sie in den falschen Situationen die Coins zum Beispiel abstoßen, weil sie Angst davor haben, in irgendeiner Art und Weise Verluste zu machen. Aber dadurch sind die Verluste eigentlich viel, viel höher, als sie es sein müssten, wenn zum Beispiel eine Trendumkehr oder Ähnliches dann stattfindet. Von daher bedenkt das Ganze, versucht euch vielleicht von irgendwelchen Finanzexperten aus der Vergangenheit das eine oder andere, die eine oder andere Idee anzunehmen oder das Mindset zu übernehmen. Denn diese Leute wissen, was sie tun, man muss hier das Rad nicht neu erfinden und ich glaube, damit kann man langfristig ordentliche Gewinne auch erwirtschaften. Zu guter Letzt gucken wir uns den Star-Investor Warren Buffett an. Warren Buffett sollte eigentlich jedem was sagen. Warren Buffett ist der erste Mensch dieser Welt, der vor dem 100-Milliarden-Dollar-Problem stand. Er wusste also nicht, was er mit diesem Kapital machen soll, in welche Unternehmen er sie investieren soll und so weiter. Und er ist natürlich ein großer Feind des Bitcoins. Er ist einer der Finanzgrößen, die sich hier sehr, sehr schwer tun, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Er ist der Meinung, dass die Kryptowährungen eine Täuschung seien und nur Scharlatane anziehen würde, dass das Ganze Betrug sei und es sowieso keinen Wert schaffen würde. Das Ganze ist so ein bisschen fragwürdig. Natürlich ist das eine absolute Größe, Warren Buffett. Er ist wahrscheinlich der beste Investor, den wir in unserer Menschengeschichte überhaupt erlebt haben. Aber auf der anderen Seite finde ich sein Verhalten hier so ein bisschen eingerostet. Man muss ihm aber zugestehen, dass er die Blockchain-Technologie befürwortet, dass er der Meinung ist, dass das tatsächlich die Zukunft sei. Aber nochmal darüber nachzudenken, ob der Bitcoin vielleicht nicht doch irgendwelche positiven Aspekte mit sich bringt, das wäre doch eigentlich nicht zu viel verlangt von einer Person, die unendlich viel Geld gemacht hat, dadurch, dass sie Unternehmen unter Wert kaufen konnte, weil er die tatsächlichen Werte erkannt hat. Darüber muss man sich vielleicht nochmal Gedanken machen und ich glaube, dass man von Warren Buffett unendlich viel lernen kann, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht. Aber ich glaube, in Bezug auf Kryptowährungen sollte man sich vielleicht doch seine eigenen Meinungen machen, um hier langfristig besser zu fahren. Es gibt viele Argumente, die er auf irgendwelche Finanzinstrumente und so weiter anwendet, wo er davon ausgeht, dass man sich zum Beispiel gegen den Schwarm entscheiden soll, in irgendwelche Assets zu investieren und so weiter. Und das Ganze würde ich hier auf den Bitcoin auch Anwendung finden oder beim Bitcoin auch Anwendung finden, aber da widerspricht er dann so ein bisschen, weil er davon ausgeht, dass der Bitcoin überhaupt nicht funktioniert, weil er keine Werte schafft und so weiter. Also es ist ein bisschen fragwürdig, was man hier so rausliest. Letztendlich muss man seine Leistungen anerkennen, aber in Bezug auf Kryptowährungen muss man vielleicht doch nicht seinen Rat befolgen. Wenn man das möchte, absolut in Ordnung, dann ist man aber sowieso eher gegen den Kryptowährungsmarkt als für den Kryptowährungsmarkt. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020